Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Serie Crowd Rock. Hier Teil Theory Bands mit ihren Debütalben und neue Labels. Wir hatten Frumpy mit ihrem Song Duty, der erst auf dem zweiten Album erschien, das noch gar nicht veröffentlicht war zu der Zeit. Das Festival Pop & Blues 1970 fand in der Ernst-Merkhalle statt und zog 15.000 Zuschauer an. Das waren alles Crowd Rock Bands. Die Bands suchten nach Auftrittsmöglichkeiten. Album ist im Kasten, aber wie macht man das Ganze publik? Festivals war eine Sache. Die waren selbst organisiert, weil niemand sich an das heiße Eiden heranwagte. Und die Bands wollten es. Also erfanden sie Wald- und Wiesenfestivals. Burg Herzberg zum Beispiel war Anfang der 70er Jahre von den Bands selber organisiert. Heutzutage läuft das Festival wieder und ist ein großer Bringer. Weitere Auftrittsmöglichkeiten waren sehr rar. Auf dem Universitätscampus, neben der Kirche oder im Jugendheim, wenn möglich im Stadtteil fest. Ansonsten hatten sie wenig Auftrittsmöglichkeiten. Denn die Tourneen, die anstünden, traut sich keiner durchzuführen. Eine Band mit einem Album, wer kommt denn da mit der kleinen Fangruppe von den Bands? Das Risiko war ihnen zu groß. Aber live war wichtig für die Bands, um ihre Fertigkeiten zu verbessern. Um ein Standing zu haben. Auch Entwicklungen eines Riffs im Live vornehmen und dann später vielleicht auf einer neuen Platte ausgearbeitet wieder reinbringen. Es artete oft den langen Jams aus. Die Musiker wussten selber nicht mehr genau, wie sie den Faden finden sollten. Wir sind 71. In Berlin. Da gab es etliche Bands. Eine, die war immer dabei, wenn es um Hausbesetzungen ging. Um Demonstrationen oder Kundgebungen politischer Art. Die nannten sich Rote Steine. Bands spielte einen ungehobelten, gitarrenorientierten Rock. RPS Lanruhe war ihr Gitarrist. Ausgezeichneter. Der gute Riffs spielte, aber auch Solos vom Statten zog. Und der Sänger nannte sich Rio Reiser. Die zusammen veröffentlichten unter David-Volksmund-Produktion ihre Alben. Warum geht es mir so dreckig? Das Erste. Alles in Deutsch natürlich. Ich will nicht werden, wie mein Alter ist. Oder macht kaputt, was euch kaputt macht. Über die Band ist noch zu sprechen. In dem nächsten Teil, den ich den Politbands widmen will, kommt Tonsteinescherben noch mal zu Wort. Berlin war ein Melting Pot. Durch das Isolierte in der DDR brodelte es in der Stadt und die entwickelten aus sich heraus neue Trends. Und Conny Plank war zur Stelle. Die Band Aschra Tempel brachte ihr Debütalbum auf Ohr heraus. Das Album von Rolf-Ulrich Kaiser. Das Cover ist ganz toll gemacht. Das ist mit zwei Klappemöglichkeiten. Hier dazwischen kommt dann die Platte rein. Mir ist das noch zu spacig. Ich finde Aschra Tempel erst im weiteren Alben wirklich bemerkenswert toll. Hier ist das spaciger Sound mit Synthesizer vorangetrieben. Und immer wieder treibendes Schlagzeug, das die Songs langsam steigert. Und man eben wieder auf einen Brennpunkt zusteuert. Die Gitarren sind noch sehr verhallt, also extrem verhallt. Als Gitarre muss man das erst mal erkennen. Hört mal! Das Power Trio besteht aus Manuel Götsching, Gitarre-Synthesizer, Klaus Schulze, Schlagzeug und Synthesizer und Hartenmund-Enke, Bass und Synthesizer. Wir bleiben in Berlin, kümmern uns aber um eine ganz andere Szene. Die Band gibt es seit 67 und jeder Auftritt war bei denen ein Happening. Die warfen selbst gedrehte Filme an die Rückwand ihrer Bühne oder verformten, verfärbten Wasser über Wärme bewegte sich das und das projizierten sie dann auf die Bühne. Oder kaputte Fernseher bauten sie auf, sodass eine richtige Wand entstand. Agitation Free Auf dem neuen Label Vertico Ein Sublabel von Philips Extra für progressive Bands Musikalisch setzte die Band anfangs auf Pink Floyd Spielten deren Tracks nach mit ihren eigenen Versionen Christoph Franke Schlagzeuger Später bei Tangerine Dream Lutz Lühl-Ulrich Der Gitarrist Mit seinem spacigen Sound Und Michael Günther am Bass Die drei Zelebrieren einen Spacigen Gitarren Sound Dirizer Das Die 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 他們 Von Berlin wandern wir aus nach Stuttgart und treffen Dieter Dirks und ein neues Label, BASF, ein Mischkonzern, der auch Schallplatten produzierte. Und was für ein Sound! Conny Feit, der Mastermind und Gitarrist der Band. Die zelebrierten einen Sound mit allen möglichen technischen Varianten. Echo, Fass, Verzerrer, alles auf die Gitarre bezogen und die erzeugten einen unglaublichen, spacigen Sound. Tolle Gitarren, die sich erhoben, die schalten und verrauchten. Es ist psychedelic pur. Tolle Long Tracks. Nach personeller Umbesetzung in der Band kam es zu einem ganz anderen Sound. Florian Fricke von Popol Voo war da jetzt dabei. Und es klang danach. Buried my heart at wounded need. Habe ich als Bonus-Dreck angefügt. Nach dem späteren Trailer. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Die Scorpions, ein spektakuläres Debüt, wie ich finde. Eine tolle Platte und auch ein tolles Label. Erstmals Brain. Ein neues Label und es sollte sich emporarbeiten zum größten Label für Deutsch und Crowdrock. Scorpions waren kein Crowdrock, das war Rock, aber grandios. Klaus Meine war noch nicht ganz so in Form, aber er hatte schon Ansätze gezeigt. Die Schenkerbrüder Michael und Rudolf brachten es auf den Punkt. Ausgezeichnete Gitarrenarbeit. Rudolf, der den Rhythmus anschob mit seiner Gitarre und Michael, gerade mal 17, zog ein Solo nach dem anderen nach sich. Aggressiv, ausufernd, flüssig, temporeich, mit vielen Breaks. Die sphärische Klänge zu lesen, aber dann auch wieder das Tempo mit aggressiven Gitarren anzog. Spektakulärer Sound, der in die englische Szene optimal hier reinpasst und auch absolut ergänzt. Ein tolles Debüt, ein tolles Label. Das Album enthält einige Longtracks und zeigt ausgezeichnetes Songwriting. Die Band, das es bekannt machte, internationale Karriere. Es war auch die erste Band, die international Erfolge vorweisen könnte. Später sprechen wir mal von Faust auf eine andere Art. Ein Erfolg. Ein kurzes Zwischenspiel lieferte Brave New World aus Hamburg. Ein einmaliges Projekt von Brian O'Dogger, den kennen wir von City Preachers. Und Digi Tarach, den Schlagzeuger von Wonderland bzw. Rattles. Hier mit einem spacigen Album, das in die Tradition des Crowddogs gut hineinpasst. Ein weiteres Debüt aus Wimmel. Die Band Faust aus Hamburg hat sich dahin verschlagen lassen. Das Label Polydor hat der Band den Hof gemacht. Erstmal spektakulär das Album. Silbernes Label, durchscheinendes Vinyl. Auch das Cover ist der Hammer. Es ist Faust, aber die Röntgenfaust mit einem durchscheinenden Plastik-Cover. Und auch das Inlet ist durchsichtig. Die Band erntete Dank des Musikjournalisten Uli Nettelmann riesige Vorschusslorbeeren. Polydor dachte wohl, sie haben die neuen Beatles, die modernen Beatles engagiert. Und die erhielten einen guten Vorschuss. Eine Summe konnte ich trotz Recherche nicht ermitteln. Die Band ging in Studio, erstellte Bänder, schickte die an Polydor und die waren weg. Die fingen nochmal von vorne an. Und die haben bei Stockhausen besonders zugehört, wenn in jedem Geräusch Musik steckt. Hört mal! 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 Als die Chefetage von Polydor diesen Sound hörte, dachten sie sofort Ankündigung. Die wollten den Vertrag nicht erfüllen. Der Kontakt mit Uli Nettelmann schaffte Aufschub. Der rief einen befreundeten englischen Journalisten an und bat ihn um ein Interview und eine Rezession des Albums. Und es fiel so aus, dass Polydor den Vertrag doch erfüllte und es kam zu einem zweiten Album. Das letzte auf Polydor. Die Band siedelte um nach England und hatte da einigen Erfolg. Allerdings war das Debüt auch besonders bizarr. Kann man es dann hören? Ein neues Debüt, ein neues Label und ein wilder Sound. Das Pilzlabel. Die S-Irae war eine Band aus Saarbrücken auf dem neuen Label Pilz von Rolf-Ulrich Kaiser. Er wollte Ohr ein Gegenpol setzen. Pilz war für Folkmusik zuständig. Nicht durchgängig, wie wir ja jetzt wissen. Aber es waren tolle Sachen drauf. Hölderlins Debüt zum Beispiel. MTD hatten wir schon mal. Oder Bröselmaschine. Also ein super tolles Label, wie ich finde. Und kam ungefähr auf 40 alten Freunde. Wir haben etliche neue Labels kennengelernt. Und neue Bands. Einige haben uns sehr lange begleitet. Oder begleiten uns? Leider ist Klaus Schulze und Manuel Götting letztes Jahr verstorben. Mein nächster Teil kümmert sich um die politische Seite des Crowdrocks. Und um euch einzustimmen für den Teil 5, haben wir jetzt nochmal Tonsteine scherben. Und denkt dran, nach dem Trailer kommt Gila mit Black Cattle's Ballad. Danke für euer Interesse und dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Ciao. Ich hab da schon so meine Grenzen. Aber das war eine Parole in der Anarcho-Szene. In dem nächsten Beitrag, wo es um politische Bands geht, werden wir noch ein bisschen mehr mit Tonsteine-Scherben zu tun haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017